Kriegermünze erhöht die Angriffskraft ein wenig. Was ist jetzt? Soll ich das so lassen? Oder soll ich gewinnen und das andere Item holen? Ich will es euch ja nur recht machen. Viel Kristall Trophäe vom Struggle-Turnier. Sie ist mit viel Kristallen verziert. Wie gesagt. Danke viel, Roxas. Ein weiteres Schub für uns zu beibringen. Ich habe ein Besuch, auch für alle von uns. Wow! Oh, Savi und Kairi gehen zur Schule. Kairi und Wakka sind alle in ihre Ballgame. Und sie werden nicht mit mir gehen. Nicht heute. Sorry. Awww, warum nicht? Erinnerst du die Kinder, die uns mit uns verabschieden? Riku? Ja. Ich frage was, was er zu ihm passiert. Ich erinnere ihn. Er ist weit weg, aber ich weiß, dass wir ihn wiedersehen. Ja. Natürlich werden wir. Und der andere Junge? Eine andere Junge? Der Junge mit Riku und mir immer mit uns. Wir spielen zusammen. Seine Sprache war immer dort. Und jetzt ist es weg. Ich kann nicht denken, ob seine Gesichter oder seine Name. Ich fühle mich über ihn. Also habe ich mir gesagt. Ich gehe nicht auf die Island, bis ich erinnere mich über ihn. Sie sind sicher, dass du ihn nicht erinnert hast? Naminé? Naminé. Was passiert mit mir? Wer bist du? Und das ist nicht mein Name. Ich bin Kairi. Kairi. Ich weiß dich. Du bist die Frau, die du magst. Wer ist? Bitte? Ein Name. Ich bin Roxas. Okay, Roxas. Aber kannst du mir sagen, seine Name? Du bist nicht mein Name? Danke viel, Kairi. Okay. Ich denke, ich kann dir eine Hand. Starts mit einem S. Du bist okay? Kairi. Und eine andere blablabslUNG. Is dort da? Kairi? Was ist das? Ein Buch. Ich habe es gestorben. Ich habe es gestorben. Zu einem Mann, ich kann nicht erinnern. Ich habe gesagt, dass egal wo er ist, ich ihn finden werde. Ein Tag. Und als ich zu schreiben habe, ich erinnere mich, dass wir eine Prozesse haben. Eine Sache wichtiges. Diese Buch ist wo es beginnt, ich weiß es. Wow. Ich hoffe, er bekommt es. Er wird. Starts mit einem S. Ja? Ja? Zora? Restoration at 79%. Ja. 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 Das ist nicht so. Er hat uns nicht verletzelt. Er kann nicht zurückkommen. Wenn er nicht zurückgeht, dann wissen Sie, was Sie müssen. Oder Sie werden die Verletzungen beendet. Also, Sie werden mich in eine Nacht verletzt. Okay, ich werde das, wenn das was Sie wollen. Ich bin träum. Aber welche Teilen waren die träume? Wer ist ein schöner Tag? Die Räume sind in der Zeitpunkt. Ich bin in der Zeitpunkt. Sie können die Zeitpunkt nicht nachher kommen. Sie haben nur drei Tage von der Sommerzeit. Und nicht schon einmal den Versuch. Aber wir haben festgestellt, wir würden es heute enden. Der Tagpunkt. Ich beobachte die Städte. Und ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Aber wir haben das. Du wirst hier nicht sein, wenn du so war. Aber Mann, das war ein guter Punkt. Stopprennt das Thema. Okay, schon. Du wirst. Wir machen das Arbeit. Stubid, independentes Studie. Also, jemand hat eine breite Idee für ein Thema? Vielleicht können wir die Dinge, die mir passiert. Sie wissen, die Räume und die Leute in White. Lass es nicht. Warum? Sie wissen, Dinge sind wunderschöne mit dir in der Stadt, seit die Fotos haben geholfen, richtig? Well, morgen, wir alle suchen die Stadt und wissen, was ist passiert. Viele Leute helfen uns. Alles für mich? Ich gehe etwas Eis-Kreis. Ich finde, ich genieße sie auch sehr. Also, ich habe mich jetzt entschieden, den Kampf, also mich nicht zu heilen und einfach zu verlieren. Auf euch ist es offensichtlich scheißegal, ob ich ihn gewinne oder verliere. Also, drauf geschissen. Ich habe mich jetzt nicht geheilt, weil ich zuerst gelesen habe, dass es einen besseren Gegenstand gibt, wenn man verliert. Hallo. Da macht zur Zeit diese seltsame Gericht die Runde. Wollt ihr es hören? Ihr kennt doch die Treppe am Abendrotbahnhof. Wir benutzen sie doch andauernd, ohne groß drüber nachzudenken. Aber, und das ist das seltsame daran, die Anzahl der Stufen ist unterschiedlich, je nachdem, ob man rauf oder runter geht. Im Ernst? Und es gibt noch sechs andere mysteriöse Geschichten wie diese. Fast wie die sieben Wunder von Twilight Town. Du meinst, wir sollten für unseren Aufsatz etwas darüber herausfinden? Penz, du bist ein Genie! Vielleicht machen ja noch mehr solche Gerüchte die Runde. Wir teilen uns am besten auf. Ich mache mich auf die Suche nach den sieben Wundern. Orlette und ich hören uns nach neuen Gerüchten um. Komm, Orlette! Orlette ist auch so ein Name, ne? Bleiben doch wir zur Übrighoxers. Auf zum Bahnhof mit dem Zug ins Abendrotviertel. Oh, Vivi, grüß dich! Ich muss trainieren, damit ich so stark werde wie Cypher. Du findest ihn auf dem Turnierplatz. Aber glaub ja nicht, du könntest ihn schlagen. Aha. Was geht hier so? Danke, Joki. Dankeschön. Cypher interessiert die Abgabe des Aufsatzes nicht die Bohne, klar? Das war mir schon klar. Nare. Man wird einzig und allein durch Erfahrung stärker. Und ich werde noch viel stärker werden. Auch wenn ich die drei hier so sehe, kriegt tierisch Bock auf Final Fantasy VIII. Stryker-Kämpfe sind ja nett, aber es geht doch nichts über einen Straßenkampf. Kämpfen wir Mann gegen Mann. Ja? Neal, Loser! Neal! 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 oriented Seifer Neal! 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 Da hält das Schwert übelst geil. So ein bisschen wie Sephiroth, ne? Hast du jetzt noch was Neues zu sagen? Hm, du hattest Glück. Ich lasse dir das heute durchgehen. Zeit, aber bloß ein wenig müde. Nächstes Mal wirst du nicht verlieren, oder? Reine Absicht. Ja, so wie ich vorhin. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Manchmal muss man mit Absicht verlieren. Das machen wir das, Zero. Hast du Lust mit... Nee, ehrlich gesagt müssen wir zum Bahnhof. Richtig, nur Sephiroth's Schwert ist Fünferliger. Genau, Joki. Genau das werden wir doch tun. Ich werde mich nicht verstellen. Nie und niemals. Mir kommen einfach keine Gerüchte über die sieben Wunder zu Ohren. Ihr wollt im Bahnhof in den Zug steigen, hm? Ja, was ist das? Nein, das ist das. Wir sind die. Ja, was ist das? Oh, was ist das? Das ist so schön. Das ist so schön. Was ist das so schön? Es ist dann KK, das ist doch. Um... Okay, wait a minute. Hey Wolf, da ich jetzt weiß, warum du so entstellt bist und das nicht umsonst sein soll, hier für Rückenwind und wenn du dich noch 50 mal änderst, solange du uns erhalten bleibst. Forever with a Wolfpack. Das ist sensationell. Vielen, vielen Dank Freak Show Pepper. Dankeschön. X-Aven, hier für dich danke für die tolle Unterhaltung und auf weitere 30 Jahre mit dir zusammen. Ich freue mich schon auf die unzähligen Stunden mit dir. Danke, X-Aven. Auch dir Dankeschön. Oh man, Leute. Vielen Dank auch für die netten Worte, die gerade zufälligerweise von YouTube reinkommen. Dankeschön. So, ist er einfach falsch? Hey, keine Worte. Abendruck Bahnhof, Ladies and Gentlemen. Guten Tag. Ihr seid vom Hauptbahnhof gekommen. Die Fahrt war kostenlos. Ich hab's verstanden. Ich steig gleich in den Zug. Ich will meinen Enkel besuchen. Die Fahrten innerhalb der Stadt sind kostenlos und die außerhalb der Stadt kosten reiseviel Geld. Das haben wir verstanden. Innerhalb der Stadt ist voll kostenlos. Ich hab's grad erklärt. Ich habe eine Karte der sieben Wunder. Komm zu mir, wenn du nicht weiter weißt. Auweia. Der lebende Sack. Aha. Schon mal diesen Sack auf dem Abendrot-Hügel gesehen? Unheimlich. Der bewegt sich, als ob er leben würde. Der Doppelgänger. Wusstest du, dass manche Leute in einer Ecke des Abendrot-Viertels Doppelgänger von sich gesehen haben wollen? Die Stimmen aus dem Tunnel. Da kommen unheimliche Stimmen aus dem Tunnel im Abendrot-Viertel. Könnten das vielleicht Geister sein? Tadorion, mein Lieber. Ich hab grad ein CL-Final-Video geschaut und wollte nur sagen, mach weiter so. In mir hast du dadurch einen regelmäßigen Zuschauer gefunden. Dankeschön, Pandorion. Dankeschön. Wusstest du, dass am Ende der Gasse Bälle aus der Wand wie aus dem Nichts erscheinen? Da scheint wohl jemand einen Freund zum Spielen zu suchen. Und die geheimnisvollen Stufen. Ray hat sich beim Zehn der Stufen einfach nur verzählt. Das sieht ihm ähnlich. Gut, dass ich das gerade lese. Ich hätte jetzt nämlich nachgezählt, ehrlich gesagt. Okay, aber haben sie nicht was von sieben Wundern erzählt? Ich sehe jetzt hier nur fünf. Okay, ich hätte jetzt nachgezählt. Ich hätte jetzt legit nachgezählt, ob der Typ scheiße da war. Aber okay. Destruction. Garantiete. Dann lautet. Da troschen. Da geht es mich um, wir sehen uns mal. Da geht es euch bei denen. Das war jetzt nicht. Das war ja. Das war ja schon. Ich bin jetzt den Mama-Trader. Ich habe es jetzt nicht mehr und ich mich. Ja. Ich bin so gut das hier. Und mehr habe ich damit, was und mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Auf viele, noch super tolle Jahre mit dir. Danke, mein lieber KK, Dankeschön. Hier im Abendrotviertel kursieren Gerüchte über die sogenannten Sieben Wunder. Ich halte von Gerüchten ja an sich nichts, aber dieses lässt mich irgendwie nicht los. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, aber wir suchen jetzt erst mal ein Patron. Pauschen. Haben wir nie genug gehabt. Verbindungstunnel, Abendrotviertel. Okay, Verbindungstunnel, da wollten wir, glaube ich, sowieso hin. Warum führen wir Treppen hin? Einfach nur, damit das hier runterfließt. So, guten Tag, wer sind Sie? Die Teile dieser Stadt sind durch mehrere Tunnel verbunden. Als Kind haben sie mir Angst gemacht, aber ich habe oft in ihnen gespielt. Ja, der hat quasi Walls of Steel. Hey! Es gibt eine Menge mysteriöse Plätze, die man untersuchen könnte, wie zum Beispiel Sackgassen und Tunnel. Okay, also, das hier ist eine Sackgasse. Ist jetzt hier was mysteriös? Ah, das sind die Bälle. Okay, wahrscheinlich zurückschlagen, oder? Au! Hallo? Oder muss ich ausweichen? What the fuck? Okay, einige mich auf zurückschlagen. Alter. What the fuck? Ich komme aber auch in einem Tempo. Kamera drehen. Nein, nein. Ich muss sehr viel früher zuschlagen. Sehr viel früher. Sag einmal, wie früh das noch? Sehr früh. Ich habe schon dann... Weiße. Weiße. Vielleicht hätte ich wissen sollen, was ich tun soll, oder? Oder? Alter. Stop it! Ich sollte eher lesen, was ich tun soll, war? Oh, du bist es nur, Roxas. Hast du gerade einen Ball geworfen? Der Ball kam eben aus dem Nichts angeflogen, bin ich erschrocken. Hey, jetzt weiß ich's. Das erklärt eins der sieben Wunder. Okay. Okay. Das war also die Erklärung, ja. Zählt das jetzt als abgehakt? Ja, okay. Okay. Haben wir schön gemacht. Ich hätte es auch spannender gefunden, die Dinger länger zurückzuschlagen. Warte schon auf dem Abendrot, Hügel. Der Sonnenuntergang ist dort atemberaubend. Ich war dort früher oft mit meiner Frau und... Ach, nicht so wichtig. Na ja, immer dieses Privatleben. Oh, Schieb. Hey, Zotus. Das freut mich. Mein Hund läuft immer davon. Wo ist er jetzt noch wieder hin? Oh no. Wir sind so am Hügel, ja. Warte schon ganz oben. Der Sonnenuntergang am Abendrot, Hügel, ist wunderschön. Ich arbeite dran. Ah, hier ist der Sack, der sich bewegt, ne? Okay, was machen wir hier? Reite so lange auf dem Sack, bis seine Ausdauerzerneige geht. Was? Was? Okay, ich verstehe. Easy. Au. Das nennt man Karma? Aber die ganze Zeit Dreieckspammen, oder? Nee, das tut man nicht wahr. Okay, keine Ausdauer, aber easy. Und da ist wahrscheinlich der Hund drin, oder? Der Wauzi war es wieder. Oh, es war nur ein Hund. Hast du ihn aus dem Sack gelassen, Roxas? Ja. Alles gut. Tschüss, Hund. Das erklärt eines der sieben Wunder. Vor allem, weil es gar kein Wauzi war. Das ist ja ein starkes Stück. Hallo, Frank. Das ist ja ein starkes Stück. Diese Skulptur wurde dem markanten Hauptbahnhof-Turm nachempfunden. Okay. So, Frank. Deine Chance heute. Muss ich länger wach, wenn das so. Wie kommt eigentlich der Hund in den Sack? Naja, es war ja nicht mal ein Hund. Also, who knows, ne? Public, neun Stück. Wibi! Doch bestimmt nicht, Wibi. Okay, und 5000 Wibis. Ich will nicht gegen so viele Wibis kämpfen. Alla, die geht.